Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uncensored Edition. Ja, wenn du die letzte Folge bis zum Schluss gesehen hast, dann hast du vielleicht festgestellt, dass ich eigentlich nur ein paar Items kaufen wollte, ein bisschen heilen wollte und all solche Dinge. Und als ich wieder den Weg in die Höhle mir gesucht habe, habe ich eine Leiter gefunden, die scheinbar woanders hinführt, wo wir noch nicht hin waren. Wahrscheinlich irgendwas, wo hier ein Trainer ist und zwei Items oder sowas. Ja. Außerdem war ich nochmal unterwegs in Puta City. Dort gibt es nämlich den Attacken-Verlerner. Äh, Castform ist okay. Und, äh, habe Schleimetta. Alter, du kannst Feuerblast. Leck mich am Sack. Ähm, he, he. Schleimetta hat den, äh, Taucher wieder vergessen. Hat stattdessen wieder Erdbeben bekommen. Einfach hätte erhoffen, dass wir es nicht nochmal brauchen. Dann für dieses eine Labyrinth, ne, das können wir jetzt umgehen. Weil wieder reingehen ist also kein Problem. Äh, leck mich. Du blödes Scheißvieh. Mann. Ja, da hoffe ich einfach, dass wir, äh, Dive nicht mal brauchen. Ja, ein Earthquake auf Schleimetta ist natürlich schön. Ja, Boden-Step. Äh, Pupita sollte okay sein, ne? Das Erdbeben ist zwar nicht so, äh, optimal. Oh, äh, ich meine, das Erdbeben ist natürlich optimal, wie ich das wusste. Alles okay, alles okay. Nehme mal feste drauf. Ein Grit. Wie schön. Ja, ich hab hier irgendwie, weiß ich auch nicht so recht. Ich war grad hier in dem Areal gewesen. Da war hier die ganze Taucherangelegenheit. Und dann hab ich hier scheinbar was verpasst gehabt. Äh, einmal Laterne, Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Hm, 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 hm. Powerweight. Schon wieder so ein scheiß Power-Item. Hab ich lange von der Schnauze? Voll davon! Oh, okay. Äh, nee, nee. Hier wären wir eigentlich theoretisch weitergekommen. Wenn wir das Rätsel gelöst hätten hier. Ähm, hallo, Item? Item? Item. Komm schon, du musst hier irgendwo sein. Was soll denn das? Wat? Ah, so. Starpiece. Kleines Stückchen Patrick, das hier rumliegt. Äh, müssen wir jetzt in den Norden? Äh, genau, hier war der, der Dings. Okay, ja, 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 ja. Falsche Leiter. Okay, das war jetzt, äh, hast du nicht so viel verpasst. Aber ich war trotzdem erstmal verwirrt, wo wir denn da sind. Ich wollte es nicht ohne dich machen. Einmal so. Einmal so. Äh, genau. Sehr lang. So. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja. Jedenfalls habe ich gekauft. Ganz viel Zeug. Und zwar, äh, ganz viel Schutz. 28 haben wir noch. Und, äh, ne. Ein paar... Oh, Eta hätte ich noch kaufen sollen. Ähm. Ach ja, die sind ja jetzt ganz unten, ne. Revive und Potion. Jo. Jetzt nichts mega Spezielles. Aber brauchen wir alles. So, Schleimetta. Surfer. Kann Schleimetta endlich nochmal ein paar Level aufholen? Äh, sollte okay sein, oder? Kannst doch eh nicht viel. Gegen uns ausrichten. Äh, Victini. Huh. Nice. Uh, hu, 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 hu. Ach, komm. Leck mich doch. Da haben wir schon überlebt und dann sowas. Du blödes Kackvieh. Äh, nein. Das wollte ich nicht. Alles optimal gelaufen. Äh, scheiße. Kackspaten. Benutze doch mal einen Fokusblast. Oh. Wirklich? Ach, du bist Psychofeuer, ne? Hab ich ganz vercheckt. Machen wir dich eben mit Fliegen kaputt. Flairblitz. Das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht ja wohl. Ah, scheiße. Äh, Kackvieh, Teenie. Komm, who's in out? Benutze doch mal, äh, Erdbeben. Ah ja, Full-Wist-One, natürlich. Weil Erdbeben sollte trotzdem viel Schaden machen. Ja, zu einfach kann's gehen. Ja, flut, 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 flut. Ey, Wiedel. Haben wir jetzt wirklich nur 3,5 XP bekommen für das Vieh? Sehr komisch. Oh nein, Wiedel war zu stark. Hehehe, hat's überlebt. Ich sag jetzt von Leo, äh, Absol, alles kein Problem. Hier, friss das. Schöne Sache. Ja, gut, dass wir noch ein paar Beleber haben. Mann. So, äh, nein, 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 ich cancel. Ähm, Kackspatten. Und dann noch ein paar Hyperpultionen. Äh, eins, zwei, drei, pur. Blödes Victini. Ach, interessant, wenn wir ihn, äh, ansprechen oder anklicken, dann dreht er sich noch nicht mal zu uns. Also nicht nur, dass er nichts sagt. Er guckt uns auch nicht mal an. Äh, ja, mehr Schutz. Okay, ein Item. HP ab ist, äh, ja, hilft uns nicht viel. Ach, dich haben wir schon. Ähm. Dich aber noch nicht, ne? Komm her, Mädel. Moorweil ist okay mit Spore. Aua, aua, aua. Äh, einmal Gigadrain, um so HP wiederzubekommen. Naja, nicht ganz so viel, wie ich dachte eigentlich. Aber wir haben ja jetzt zum Glück im Brick-Brick. Ja, reicht nicht. Ich hoffe, du schläfst noch ein bisschen. Äh, frügeres Tor ist auch so eine Sache, ne? Das vergesse ich auch immer, dass die das alle haben. Dann schauen wir uns mal an. Ob ich nicht vielleicht doch, äh, okay, ist doch nicht. Ob wir nicht vielleicht doch Glück haben, aber... Ja, jetzt reicht der Brick-Brick natürlich nicht mehr raus. Du hast noch mehr davon. Okay. Kein Two-Hit. Alles klar. Hat aufgegeben. Ach, schön. So, holst du jetzt wieder rein? Nee. Äh, Spore? Gut. Aber du bist, glaube ich... Bist du nicht Gift? Hier, schau mal ganz fix. Gigadrain. Ja, okay, okay. Da kommen wir nicht weiter mit unserem Zombie-Hirn. Aber vielleicht mit Schlemmeter. Ey, Earthquake. Das wollte ich nicht so viel abziehen. Nö. Komm, Schlemmeter, du schaffst es. Du schaffst es nicht. Oh nein, jetzt juckt mein Ohr. Oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Ich hab meine Kopfhörer auf und... Weil es ja ein Headset ist, dann ist das immer übles Laut im Mikro. Jetzt kann ich mich nicht ratzen. Natürlich, äh, äußerst unangenehm. Das sind die... Die Gefahren, die man auf sich nehmen muss als Let's Player. Äh, Gastrodon? Was ist denn ein schönes Pokémon, du da hast? Äh, das hilft jetzt überhaupt nicht gegen Zombie-Hirn. Äh, Gigadrain of Doom. So, so, so. Und natürlich more, weil da sind die Zombie-Hirn wieder drin. Brickway könnte sogar ausreichen. Ja, das müsste reichen. Schön. Ach, du hast noch was? Äh, Ditto ist okay, warte. Du hast kein... Nicht die Fähigkeit dazu. Das ist ja komisch. Oh, nice. Äh, noch ein X-Server hinterher. Das wird ja wohl ausreichen. So. Wunderschön. Da ist noch ein Itemball. Max Eter, das gefällt mir gut. Und ich sehe hier noch so viele Trainer. Meine Fresse, wie groß das ist. Wie viele Trainer es hier gibt. Meine Fresse. Ähm. Wir sind auch vom Level her gar nicht so schlecht, ne? Ganzen Trainer. Gigadrain. So war es. Der erste Runde gleich aufgewacht. Wie gemein. Gut, hätte noch zweimal getroffen. Ja, wunderschön. Echt. Toll. Wunderbar. Fullwistor. Hm. Hätte ich wissen müssen. Hätte ich wissen müssen. Ich merke es mir nie. Okay. Äh, Stoutland ist dieser komische Hund, ne? Rrrr, wuff, wuff. M.A. Spore. Ähm. Brückbrück sollte doch eigentlich guten Schaden machen, ne? Du bist doch normal, Pokémon, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Wir hauen einfach feste drauf. Gut, ein Crit. Hat sich erledigt. Äh, Ching liegen. Naja, schon mal, der hat ja nicht mehr so viel. Upsi. Äh, Surfer, Fragezeichen. Surfer, Ausrufezeichen. Äh, Frille, äh, da kommen wir mit dem Surfer nicht weiter. Hm. Hm. Äh, 6-Konazisa, das Beste dagegen, ne? Worteabsorb und Pseischock. Fein, fein. Was immer noch was. Topisch. Selbes Spiel. Pseischock. So. Ist einfach übertrieben, viele Trainer hier, oder? Hyperpotion für Schleimetta und vielleicht auch für Zombichern. Und da wechsle ich mal. Äh, Kackspatten vor. Da haben wir 6 Fantasy aufgeholt. Echt krass, ne? Alter, wie viele sind denn das nur noch? Ach, da. Ah, da ist das Item. Ich verstehe. Achso, wahrscheinlich da oben irgendwo. Ja. Puh, Leute, das ist, äh... Boah, es dauert so ein bisschen, bis wir hier durch sind. Und die haben ja auch alle so Unmengen von Pokémon. Hm. Das ist sehr unangenehm. Hör auf damit. Fireblast. Äh, äh, Fireblast. Das war ja klar. Hey. Ich hasse das, wenn Double Slap dreimal trifft. Das macht mich nervös. Elektrowep, du blödes Kackvieh. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Weck mich. Bödes Vier. Ach ja, und wenn sie nicht gestorben sind. Dann bitch-slappen sie heute noch. Ich nimm jetzt einfach mal einen Trank. Denn wir treffen das Vier eh niemals wieder. Daneben, du blödes Kackvieh. Ich weiß noch mal, wie das ist. Äh, fliegen vielleicht? Mann. Komm schon, triff. Triff. Na also. War doch nicht. Ist nicht so schwer, oder? Äh, Ivi. Hey. Na. Guck mal. Fokusblast. Äh, Piloswein. Äh, äh, ähm. Ähm, ja. Fireblast. Fein, fein. Äh, Zubat. Okay. Zubat. Pokémon hier war jetzt nicht so stark. Wie sieht's denn aus? 72, 71, tralala. Äh, warte, ich wollte wechseln. Upsi. Äh, Switch. Könnte ich fast den IP-Teiler wieder anmachen. Aber ist, glaube ich, auch egal. Gleichscore. Äh, ein Surfer soll trotzdem ganz schön Schaden machen, ne? Äh, ja. Tut es. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Äh, Svetlun. Hm. Mach weniger Schaden als gedacht. Na gut, wenn du eh keine, keinen Pflanzenintag machst, dann krieg ich dich auch mit Surfer klein. Na, Razor Leaf. Und? Ja, haben wir überlebt. Fein. Vielleicht soll ich doch den Scarf wieder runternehmen, ne? Ja, Suckel haben wir keine Chance. Äh, ach, Wusonaut. Oh, Gott, komm. Oh nein, Blobstrahl. Oh nein. Krit. Einmal, zweimal. Und dann. Und dann. Hauen wir hier alles kurz und klein. Biuh. Äh, Altaria. Oh, wie gemein. Das reicht auf jeden Fall. Uh, Aldaria. Mehr Eis-Punch. Mehr Eis-Punch. So, ach, jetzt haben wir hier alles, ne? Cool, rare Candy. Nehme ich sehr gerne mit. Mach ein Item hier, für uns. Gib mir das Item. Gib mir das Item. Zink, naja. Hilft uns alles nichts. Das sind einfach so viele. Was wollt ihr alle hier? Äh, Schlametta ist schon die richtige. An dieser Stelle. Ich glaube, ich nehme die Scarf trotzdem wieder runter. So oft wie wir raus wechseln müssen, einfach nur weil. Ähm, Take. Da müsste ich eigentlich noch was geben, ne? Haben wir was? Ähm, eine Splash Plate könnten wir benutzen. Haben wir noch was besseres? White Lens und... Mystic Water. Hm. Na ja, komm. Kriegst eben das, äh, Wasser Item wieder. Bitteschön. Das war irgendwie nicht so optimal. Das sind Wahl-Items. Das sind immer ein bisschen kompliziert, ne? Nasty Plot. Huh. Ja, ich glaube, das Item boostet unsere Wasserattacken um, äh, 20%. Und das macht unsere Wasserattacken um 30% stärker, weil ja noch das Step dazu kommt. Okay, das, äh, äh, das war vielleicht nicht so optimal. Ich hab eigentlich gehofft, der Eisbeben reicht. Hm, Zombie-Hirn? Ja, Zombie-Hirn. Äh, äh, das zieht nichts ab. Danke für die XP. Äh, Pensier ist, glaube ich, eins dieser, genau, dieser Affen. Ich vergesse mal, wie schnell die sind. Ich mein, wir sind ja auch ziemlich langsam, ne? Upsi. Ich mach nur Scheiß. So passiert's. Äh, noch so einer, diese Affen. Ach so, das ist derselbe, nur ein bisschen größer. Und, oh mein Gott, er hat Kratzer. Äh, Kratz-Furier meine ich natürlich. Ziemlich krass Attacken hier. Äh, Bishop ist auch okay, denn... Close Combat. Noch was? Ditto. Okay, dann, äh, ja. Bitteschön. Kleiner Zellhaufen. So. Brauchen Beleber. Wir brauchen Tränke. Ich hoffe mal, das reicht alles. Sonst muss ich nochmal einkaufen gehen. Aber ich hab echt nicht gedacht, dass das Ding so groß ist. Also, das ist ja wirklich... Thunderwave. Hm. Hm. Nett, aber, äh, nicht unbedingt. Das, was ich jetzt gerne hätte. Ha, ich geh dir einfach aus dem Weg. Full Heal. Okay. Na, komm halt her. Was ist los? Was kann ich für dich tun? Shatterfranger. Und dann, Schametta. Äh, Surfer. Hat mir eben besser gewesen, ne? Weil physisch und so. Puh, mir tut schon meinen Zeigefinger weh. Von vielen... Von vielen Drücken. Von vielen Tasten drücken. Äh, Octillery. Ist, glaub ich, okay. Boah, du kannst ne Pflanzentacke. Das wusste ich nicht. Dass das Vieh das kann. Na dann, Zombie-Hirn. Einmal leerlutschen. Hein. Alles gut. Aua. Hm. Wie wäre es dann mit einem Brookbreak? Ja, na ja. Dann hab ich größeres Aua. Döööö. Noch so einen Angriff überleben wir ja nicht, ne? Sehr gut. Ich hab gehofft, dass er Night Slash macht. Weiteren Säure-Speyer hätten wir nicht überlebt. Bei Nary sollten wir auch wieder raus wechseln. Das ist ein bisschen zu schnell für unser Zombie-Hirn. 6 Fantasy. Fit, fit, flöt. Nein. Brauchen wir mit Sicherheit nicht. Sah Jus defend. Schöne Sache. Hm. FocusPunch Nazi ist Pech. Das war nicht so klug von dir. So, dann immer beleben. Also eine Netzlog hätte ich hier nicht machen können. Wäre schon lange alles hinüber gewesen. Und hier. Und da. Puh. Ähm. Aber hier sind wir schon wieder im nächsten Höhlenabschnitt. Erdbeben. Einmal deine Waifu fertig gemacht hier. Und dann. Ey, das ist okay. Denn mittlerweile dürfen wir ja. Attacken wechseln. Und nun. Äh, gelade. Ähm, ähm. Hm. Ich glaube, wir fühexeln mal lieber. Das Meckma ist eigentlich ziemlich gut dagegen, ne? Schilderball. Was bist du nochmal? Du bist Kampf, ne? Bist du Kampf? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Psychokampf sogar. Ich, äh, kann ja mal gucken. Psychic trifft. Neutral. Dann sollte. Und Schilderball ist sowieso reichen. Auch ohne den Drop. Ja. Psycho-Kampf. Okay. Weiß ich Bescheid. Äh, ich wechsel mal wieder raus. Denn wir wollen ja das Fee eigentlich nicht so viel trainieren. Obwohl es jetzt nur zwei Level Unterschied sind, ne? Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Ich hab immer gedacht, das bleibt noch ein paar Level überlevelt. Aber gut, aber gut. Glopp. Äh, kleiner Drecksack. Schon? Verlebst du das? Nö. Das geht, sollten wir noch eine Runde überleben? Jo. Äh, nein, ich wollte nicht wechseln. Upsi. Surf. Das reicht, oder? Jo. Kampf vorbei. Schlamette überlebt. So hab ich mir das vorgestellt. Etaché. Hyperportion. Zack. Full Heal. Zack. Gassene Full Heal haben wir noch vom, äh, von der Top 4. Ich hab eigentlich gedacht, wir brauchen zwischendrin mal mehr. Wir haben ja auch mal wieder welche gefunden. Hm. Da rechts ist noch mehr, ne? Ich guck noch mal ganz kurz da rechts lang. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Aber gut, ich glaub, die machen wir dann nächstes Mal. Ich glaub, hier ist noch jemand, ne, mit einem Itemball und hier rechts dasselbe Spiel nochmal. Und danach, äh, dürfen wir oben durch dieser, durch den nächsten Hülleneingang. In den nächsten Abschnitt dieser gigantisch großen Hülle. Wo ich eigentlich dachte, wir wären schon links, links durch. Ja. Aber es ist wenigstens ein würdiger, äh, würdiges Ende. Für dieses, äh, für dieses Spiel. Und damit auch für dieses Let's Play. Naja, jedenfalls, ne, vielen Dank fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.